Hallo du wundervoller Mensch und herzlich willkommen beim Seelen-Schokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Kolella, ich bin Wirtschaftspsychologin und Hypnose-Therapeutin und unterstütze Frauen dabei, sich ein erfolgreiches Online-Business mit ihrem Herzensthema aufzubauen. Im heutigen Podcast habe ich ein Special-Interview für dich. Auf YouTube kannst du auch das Video dir dazu anschauen, kann ich absolut empfehlen, dann siehst du uns beide im Gespräch auch. Und zwar habe ich Janine Hulte eingeladen. Für mich ist sie so eine Inspiration und für mich ist sie einfach eine absolut flächende Person, wo ich das erste Mal ihre Preise gesehen habe und dachte mir so, wow, wie kann man denn 400.000 Euro für ein Coaching geben? Und somit zeigt mir Janine auch immer wieder meine Hürdenblockaden und Begrenzungen auf und auch gewisse Glaubenssätze. Und du wirst auch im Interview sehen, wie ich da teilweise auch einfach mega geflasht bin. Und ich liebe Janine einfach dafür, dass sie mich so inspiriert und auch aus meiner Komfortzone immer wieder rausholt. Ich glaube, jeder von euch kann extrem viel aus diesem Interview mitnehmen. Und jetzt Bühne frei für Janine und ganz viel Inspiration für dich in diesem Interview. Janine ist für mich eine Rieseninspiration, wenn es um das Thema Geld verdienen, Money-Mindset und Grenzen setzen geht. Es gibt für mich kaum jemanden, der mich so viel triggert, aber gleichzeitig auch so enorm inspiriert und motiviert, neue Wege zu gehen. Janine war vor ihrer Selbstständigkeit Investmentbankerin, ist heute Money-Coach und hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Sei du selbst und werde reich. Ich liebe ihr Buch. Ich habe es tatsächlich zweimal gelesen und gerade erst in Bali nochmal am Strand gelesen und habe gesagt, ich muss sie unbedingt einladen, weil sie sagt, du kannst auch ein Multimillionen-Business aufbauen, doch dafür darfst du anders denken, du darfst anders handeln, mutige Entscheidungen treffen, neue Wege gehen. Herzlich willkommen, liebe Janine Furter. Hallo Julia, schön, dass ich hier sein darf. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du hier bist. Lass uns direkt mal einsteigen mit der ersten Frage. Was waren denn für dich die wichtigsten Schritte, um deine erste Million zu kreieren? Was waren so Mindset-Shifts, wo du gesagt hast, boah, da hat es wirklich Klick gemacht in dem Moment? Ich finde persönlich die Frage immer nicht so easy zu beantworten, weil da, wo wir gerade sind, in dem Augenblick, brauchen wir das, was wir brauchen. Und da, wo ich war, ich habe mein Business mit 300 Euro Startkapital angefangen. Ich sage immer, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf, sind die Lehrer aufgetaucht. War es so gut für der erste Lehrer, um den Mut zu haben, mein eigenes Business zu starten. Der nächste Lehrer, der mir gezeigt hat, wow, ich kann wirklich online Geld verdienen. Also, wildfremde Menschen buchen bei mir. Dann der nächste Lehrer, der gesagt hat, weißt du, du kannst nicht nur noch für 39 Euro verkaufen, du kannst auch für 100.000 Euro verkaufen, wenn du das willst. Und so ist immer der richtige Impuls, sage ich mal, gekommen, der richtige Lehrer von außen, der mir wieder ein Stück, heute würde ich gar nicht mehr sagen, in dem Sinne mir was beigebracht hat, mich eher erinnert hat, was möglich ist. Wo ich ein bisschen dachte, dass es nicht so möglich ist. Sehr spannend. Die meisten Bewertungen, die Menschen zum Thema Geld haben, gerade in Deutschland, die sind ja nicht gerade förderlich. Wie können wir denn ein förderlicheres Denken zum Thema Geld kreieren? Ich hatte gestern eine ganz spannende Unterhaltung mit einem Freund hier. Und für mich ist es tatsächlich so, Geld ist einfach eine Frequenz, Sexualität auch. Und es sind so die beiden Themen, die am meisten gestört sind im Sinne von, am meisten entfernt sind von der Natur. Also einer meiner größten Lehrer ist einfach die Natur, zu gucken, wie passieren Dinge in der Natur, weil ich tief glaube, dass so wie es natürlich kreiert wurde, ist es perfekt. Und wir Menschen wuseln dann da rein und probieren, das angeblich noch perfekter zu machen oder glauben ist. Und das zerstört vieles. In Bezug auf Geld würde ich gerne sagen, der Punkt ist, wenn wir eine Umfrage machen würden, auch in Deutschland, und fragen würden, glaubst du, dass all das Geld, was wir auf der Welt haben, gerade gerecht verteilt ist? Dann würden die meisten Leute sagen, nein, ich glaube nicht. So würden ihre Hand dafür heben. Und dann würdest du als nächstes fragen, und wenn da wirklich alles möglich ist, würdest du wollen, dass das Geld gerechter verteilt auf der Welt verteilt ist? Dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass die Mehrheit der Leute wieder die Hand hebt und sagt, ja, ich will, dass das gerechter verteilt ist. So. Als nächstes werden wir uns, glaube ich, auch einig, dass wir sagen, okay, es gibt einige Leute, einige Firmen, wie auch immer, die wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben als andere. Was wir jetzt als unfair bewerten. So. Ich glaube, da würden auch wieder die meisten Hände hochgehen. So. Und dann stellen wir uns die Frage, okay, im nächsten Schritt, wie können wir das ändern? Und wir können es halt nie ändern, indem wir bestimmten Leuten, Gruppierungen etc. etwas wegnehmen, wo wir bewerten, dass sie zu viel haben. Weil, wer nimmt es denn weg? Also, dann wäre es wieder zum Beispiel die Regierung. Wir sehen das manchmal bei so politischen Betrafungen, in Anführungsstrichen, dass bestimmten Leuten dann Gelder weggenommen werden. Ja, aber dann hat die Politik. Also, es ist auch nicht anders wirklich verteilt. Wie verteilen wir Geld anders, indem jeder Mensch nach mehr fragt und mehr nimmt? Dazu brauchen wir aber jeden Einzelnen. Und das bedeutet, wir brauchen für mich in Deutschland, in der Welt, ein Bewusstseins-Level, was erstmal schafft, hey, Geld ist gar nicht schlimm, Geld ist einfach neutral. Wenn alles möglich ist, wie viel Geld willst du denn verdienen und was willst du mit dem Geld machen und was willst du kreieren, erschaffen? Ja, und das ist für mich ein Weg, wo ich sage, hey, da kann die Reise hingehen. Aber es braucht erstmal den Bewusstseins-Shift, am Anfang zu sagen, stimmt, krass, es braucht ja wirklich jeden Einzelnen, der sagt, hey, ich will mehr Geld haben, damit es gerechter, oder was heißt da gerechter, in mehr Händen verteilt ist als aktuell. Von meinem Gefühl her passiert da gerade schon ein riesen Mindset-Shift, vor allem gerade bei Frauen. Gerade in Bali habe ich zwei Frauen getroffen, die so im ersten Gespräch direkt gesagt haben, ja, ich liebe Geld. Und ich dachte mir sicher, wie geil ist das denn? Wie schön, so eine Aussage mal zu hören. Und ich feiere Frauen wie dich, die dafür mehr Bewusstsein schaffen, Bücher drüber schreiben und einfach eine Transformation auch ermöglichen. Du sprichst ganz oft in deinem Podcast und auch in deinem Buch darüber, dass wir aufpassen sollen mit Bewertungen, wie das ist aber teuer oder das Programm kostet viel Geld. Warum ist es so wichtig, achtsam zu sein mit solchen Bewertungen, wie das ist aber teuer? Im Endeffekt bei allen Bewertungen, die ich habe, auch, also im Wort Bewertung steckt ja das Wort Wert drin. Also ich gebe etwas, erstmal energetisch einen Wert. Und das bedeutet, ich kann etwas aufwerten oder abwerten. Wenn ich zum Beispiel sage, war das sehr billig oder sehr günstig oder wie auch immer, dann assoziiert es automatisch, war es, ist möglich für mich. Ist möglich für mich. So, wenn ich es jedoch bewerte mit, war es, ist teuer, dann assoziiert es automatisch, dass es nicht für mich möglich ist, nicht in meinem BG. Oder ich wähle die Wahrheit, dass es angeblich nicht möglich für mich ist. Und je mehr ich bewerte, gerade in Bezug auf Geld, erschafft einfach jedes Wort, was ich nutze, schon, ja sagt es sozusagen, für mein Unterbewusstsein, ist für mich möglich oder nein, ist nicht für mich möglich. Und wir leben leider in einer Gesellschaft noch, zumindest, wo Geld, Kinder und Zeit so als generelle Ausreden genutzt werden. Wow, da ist was, was mir gefällt. Und der Preis ist gerade ein bisschen unbequem. Finde ich ein besseres Wort. Dann sage ich einfach, wow, es ist zu teuer. Wow, ich habe keine Zeit. Ah, nee, meine Kinder haben das und das. Und dann, statt einfach einmal reinzufühlen, okay, hey, woran geht es hier gerade wirklich, mit solchen allgemeinen oder gesellschaftlich akzeptierten Ausreden, will ich das gern mal nennen, sorgen wir ganz oft dafür, dass die Möglichkeiten nicht zu uns kommen. Ja, da müssen wir halt einmal drauf atmen. Und es ist halt auch, wenn wir Menschen bewerten, ja, also ganz oft im Aussehen, in dem Lebensstil, in allen möglichen Arten, wie wir Menschen bewerten können, auch da, also als Gesellschaft haben wir aktuell noch nicht das Bewusstseinslevel, lass es mich so formulieren, dass jedes Wort, was ich sage, kreiert. Jedes Wort hat eine bestimmte energetische Frequenz und die ist entweder dienlich für mich oder nicht. Und es ist tatsächlich ganz egal, ob ich in dem Fall über mich spreche oder über dich zum Beispiel. Aber wenn ich sage, oh Gott, die Real sieht ja furchtbar aus. Was hat sie denn für Haare und was hat sie denn für Augenbrauen und für Lachfalten und ihre Zähne? Hast du blablabla? Dann kommen diese Worte ja aus meinem Mund, also quasi aus meiner Energie und kreieren auch für mich. Also in dem Augenblick, wo ich jemanden abwerte, werte ich auch immer mich ab. Und wir sehen das zum Beispiel ganz oft bei Hate, Feedback, wie auch immer wir es nennen wollen, gerade auf Social Media, fließt immer von unten nach oben. Leute, die mehr erschaffen haben als du, die weiter auf der Reise sind oder an einem anderen Punkt, die bewerten nie ab. Warum? Weil sie wissen, dass es nicht dienlich für sie ist. Aber Leute, die noch nicht da sind, wo du so sein willst, und ich nenne das jetzt mal so, ihren Hintern irgendwie noch nicht hochkriegen, irgendwie noch in einer bestimmten Geschichte gefangen sind, so fließt Feedback. Wie kann man sich denn aus einer Geschichte befreien, in der man gerade gefangen ist? Ich glaube, also es gibt ja viele Geschichten, die wir uns erzählen. Viele Geschichten sind dienlich und viele Geschichten sind nicht so dienlich für uns. Und es geht, glaube ich, einfach mal zu gucken, allgemein im Leben, welche Resultate habe ich? Also sei es mein Kontostand, wenn ich darauf gucke, bin ich damit happy oder nicht? Wo ich lebe, wie ich lebe? Ich habe heute auch nochmal was gepostet, wie viel Steuer ich zahle. Sind das Sachen, wo ich sage, hey, damit bin ich okay? Oder sage ich einfach, nee, ist mir irgendwie gerade zu viel? Was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist immer ein cooler Anfang, einfach mal zu gucken, okay, was habe ich gerade? Und inspiriert mich das? Bin ich damit happy? Freue ich mich darüber? Oder finde ich das irgendwie ein bisschen anstrengend eher alles? Wie mein Leben so ist? Und das sind dann einfach Stück für Stück. Übrigens, nicht alles auf einmal, gehe ich Lebensbereich für Lebensbereich durch und räume auf. Das ist wie ein Haus. Wir würden auch nicht sofort das ganze Haus, also manchmal machen wir das so radikal. Und das kann funktionieren. Du brauchst immer, sage ich mal, einen gewissen Persönlichkeitstyp, der mental stark ist. Zum Beispiel unser Haus besteht aus mehreren Zimmern und Keller. Und das ist wie wir Menschen. Ja, wir haben ein Thema Gesundheit, wir haben ein Thema Beziehung, wir haben ein Thema Geld, wir haben ein Thema Spiritualität, wir haben ein Thema Beruf. So viele Lebensbereiche, die relevant sind in unserem Leben, die es in Anführungsstrichen zum Meistern gilt oder darüber zu lernen. Und wir können uns halt vorstellen, ich kann jetzt halt reingehen in mein Haus und alles leer machen, alles auf Null setzen, ist halt sehr radikal. Manch einer mag das, manch einer nicht. Oder ich gehe halt Zimmer für Zimmer oder Etage für Etage, wie ich aufräume. Ja, ich bin auch eher so der Etagenmensch. Vielleicht braucht es da mal Fabula Rasa in manchen Bereichen, denke ich mir. Ja, spannend. Ja, also Etage für Etage und Zimmer für Zimmer ist auch eine Möglichkeit, dauert wahrscheinlich länger, als einmal abzureißen und neu aufzubauen. Oder würdest du sagen, geht genauso schnell? Ich glaube, weißt du, keins ist besser oder schlechter und jede Entwicklung vom Menschen passiert in seinem eigenen Tempo, auf seinem eigenen Weg. Deshalb würde ich nie beurteilen, was besser oder schlechter ist, länger oder kürzer dauert. Also alles ist immer möglich, an jedem Punkt. Ich glaube, es ist wichtiger, dass Menschen reinspüren, welcher Typ sie sind. Ja, absolut. Ich habe mir mal so ein paar Studien angeschaut, das ist so typisch Psychologin, dann komme ich einfach mal in Studien hier an. Also, wenn wir uns die Zahlen jetzt einfach mal so ganz trocken anschauen, verdienen ja Frauen im Durchschnitt noch weniger als Männer aktuell und Frauen haben auch aktuell ein höheres Risiko für Altersarmut. Eine große Motivation von mir, Frauen zu helfen, ihr Business aufzubauen, ist, dass tatsächlich sich zu verändern und dass Liebesbeziehungen aus Liebe entstehen und nicht aus Abhängigkeiten heraus. Das Kuriose ist allerdings, in den Bereichen, wo Frauen selbstständig agieren können, tun sie es trotzdem häufig nicht. Zum Beispiel eine Studie von 2019 zeigt, dass ein Drittel der befragten Frauen ihr Finanzwissen geringer einschätzt, als es tatsächlich ist. also so ein typisches Tiefstapeln und die Züge über ihr Vermögen geben Frauen freiwillig Männern in die Hände. Wie können Frauen selbstbewusster sein mit Geld? Zwei Punkte würde ich gerne sagen. Also erstens auch, wir sehen ja auch ganz oft im Fernsehen so Studien. Wir haben Leute befragt und so weiter. Ich bin mittlerweile ehrlich gesagt sehr kritisch, weil ich kenne zum Beispiel niemanden von all meinen Freunden und ich habe viele, viele Jahre in Berlin gewohnt, wo ja Umfragen angeblich die ganze Zeit stattfinden, der jemals befragt worden ist. Also ich frage mich immer, wo kommen erst mal diese Befragungen her? Wer sind die Leute, die befragt worden sind? Dass ich, also das ist jetzt einfach ich persönlich, sowas ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Und ich glaube, die zweite Frage, also ich würde es gar nicht auf Männer und Frauen unbedingt beziehen oder dass Frauen die Zügel über ihre Finanzen Männern in die Hand geben, sondern eher ein Phänomen in Deutschland, auch Altersarmut allgemein. Die Deutschen lieben es, ihre Verantwortung für ihr Leben abzugeben. Der Staat soll das machen, von klein auf. Also ein Kindergarten ist geregelt. Wer macht es? Meistens nicht die Leute selbst, sondern der Staat. Oder so ist es Grundbewusstsein. Ja, ja, der Staat kümmert sich schon. Sozialsystem, ja, ja, der Staat kümmert sich schon. Rentensystem, ja, ja, der Staat kümmert sich schon. So, also wir werden in einem System geboren, Schule, ja, ja, der Staat kümmert sich schon. Um den Lehrplan, um die Lehrer, wir werden in einem System groß geworden, wo sich immer der andere drum kümmert. Das ist unser Normalzustand. So, und was passiert, was unser System, unser Unterbewusstsein, unser Körper kennt? Es werden immer wieder die gleichen Hormone ausgestoßen, im Sinne war, hier fühle ich mich wohl. Warum kehren Leute immer wieder an ihr Zuhause zurück? Nicht unbedingt, weil es so schön ist für einige Jahre, aber nicht für alle, aber weil es vertraut ist. Weil es vertraut ist. So, und jetzt passiert was Interessantes in Beziehungen, und das ist egal. Mann, also, die Person, die mehr verdient, kann Mann oder Frau sein, ist egal. Jetzt wird verursacht, wow, das kenne ich, da kümmert sich jemand anderes. Und deshalb gebe ich denen nach. Und ich würde halt sagen, es hat nicht so viel unbedingt, in dem Fall machen es mehr Frauen, weil Männer von Natur aus diese natürliche maskuline Energie haben, wo es mehr um Macht, um Geld, um Streben geht. Eine Frau ist feminäne Energie. Bedeutet nicht, dass wir als Geschlecht nicht beide Anteile haben, aber feminäne Energie ist sehr kreativ, ist helfen, ist Fürsorge. Künstlerisch, mich auszudrücken, auch in Mode und so weiter. In unterschiedlichen Bereichen. Die wurden aber bewertet in der Gesellschaft. Kunst ist eine brotlose Kunst. Alles so, es hätte gar keinen Wert. Wir sehen das ja auch im Sozialsystem. Alles, was mit Helfen von anderen zu tun ist, wird unfassbar schlecht bezahlt. Machen übrigens die gleichen Leute, die die Studien verursachen. Und dann, was können wir machen? Wir können zum Beispiel mal Krankenschwestern, Pfleger, alles an allen Bereichen im öffentlichen Sektor, wo anderen Menschen geholfen wird, mal anfangen, das als eine wertschätzende Arbeit zu sehen. Und es startet, ist jetzt wieder leicht, auf andere zu zeigen und der Staatssorge die Gehälter lohnt, aber es fängt auch an mit den Leuten, die da arbeiten, dass sie sich wertschätzen, ihre Arbeit wertschätzen und dafür einstehen und den Wert einfordern. Ich habe mir das gerade auch gedacht, ich habe extrem viele Leute aus dem Gesundheitsbereich, ich habe auch früher als psychologische Assistenz vom Chefarzt gearbeitet und bin aus diesem System rausgegangen und habe ganz viele aus dem Gesundheitsbereich und denke mir da auch, ja, es darf erst mal damit anfangen, dass die Person sich mehr wertschätzt, weil sie oft sich selber ihre Arbeit, ihre Zeit gar nicht wertschätzen und diese Menschen so viel leisten, so viel Mehrwert kreieren, aber sich selbst vielleicht nicht so anerkennen. Ja. Da, glaube ich, kommt es her und in Bezug zum Beispiel Altersarmut hat für mich nicht was nur mit Männern und Frauen zu tun, sondern auch wieder einfach eine Frage, wir leben in Deutschland im System, ich glaube, es war jetzt am Ende das Land, was die zweithöchsten Steuern weltweit hat und wenn wir uns zum Beispiel angucken, was Leute in der Rente rauskriegen, einfach überhaupt Menschen mal dafür zu mobilisieren in Deutschland, mal zu hinterfragen, was mit den Steuergeldern bezahlt wird, wie kann es sein, dass Deutschland der Hauptbezahlpartner der kompletten Europäischen Union ist, wenn wir uns angucken, wie viele Länder da sind, warum hat Deutschland das zu bezahlen und nicht Deutschland, sondern der deutsche Steuerzahler, wenn wir irgendwie sehen, immer wieder, wenn ich mal was mitkriege aus Deutschland, es ist immer wieder Steuern werden erhöht, irgendwie diese Gesundheitsbeiträge, es wird immer mehr und der deutsche, für mich ist es wirklich schon, er wird geknechtet im System, es ist nicht normal, könnte ich Stunden was dazu sagen, mich auch glaube ich so ein bisschen in Rage regen und das ist auch, wo ich gerne ein Bewusstseinslevel schaffen würde, mal zu hinterfragen, hey, ist das notwendig, wo gehen die Gelder hin, finde ich das gut, was mit meinem Geld passiert, was wird da gemacht und wir haben das irgendwie so ein bisschen gesehen, keinerlei Aufarbeitung, wie viele Milliarden Steuergelder für Impfungen ausgegeben worden sind, die gekauft worden sind und im Klo runtergespült werden, keine Konsequenzen und da geht es nicht um die Entscheidung, sondern bewusst machen, wow, das ist mein Geld, für was ich gearbeitet habe, was da genutzt wird, wie kann mich das nicht berühren und mich berührt es, wenn ich anfange eigenverantwortlich zu handeln, also mein Geld verdiene ich und ich möchte entscheiden mit dem Geld, was ich verdiene, für was ich es ausgebe und für was nicht und nicht, dass jemand anderes entscheidet und in dem Augenblick, wo ich für mich so anfange zu handeln, vielleicht für die fünf Jahre, die ich ins System eingezahlt habe, weiß nicht, ob ich ein bisschen Rente kriege und zwar ein so ein Buzzword in der ganzen Coaching, was oft genutzt wird und auch in Werbetexten ist ja immer, willst du finanziell frei sein, willst du finanzielle Freiheit und dann sagen alle, ja, will ich haben und wenn ich das Wort Finanz da rausnehme, dann ist das Wort Freiheit und frei bin ich, wenn ich keine Abhängigkeiten habe. Also bevor ich finanziell frei sein kann, darf ich alle Abhängigkeiten in meinem Leben löten. Ja, das geht tief. Also wir dürfen uns dafür entscheiden, wirklich frei zu sein, uns frei machen von Abhängigkeiten, Limitierungen zu Geld auflösen. Ich würde mal sagen, da verdienen wir schon deutlich mehr als der Durchschnitt. Doch dann kommt man an so einen Punkt, was erlaubst du dir eigentlich so? Darf ich das? Wie können wir Frauen uns erlauben, nach mehr zu fragen, mehr zu erreichen? Ich habe vorher gesagt ja, es geht darum, Abhängigkeiten zu lösen und in dem Augenblick, wo ich mal meine Aufmerksamkeit dahin schifte, wo ich überall Abhängigkeiten habe, ist es ja nicht nur, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise von einem Staat slash Gesundheitsrentensystem, sondern auch zum Beispiel von bestimmten Lebensmitteln. Zucker, Kaffee, Fleisch, was es nicht alles gibt, was nicht so dienlich ist. Und für mich hat all das in allen Lebensbereichen, also auch in Partnerschaften, gibt es Abhängigkeiten oder ist es cool? Also einfach auch mentale Abhängigkeiten. Manchmal wollen wir auch, dass Leute was Bestimmtes zu uns sagen. Lob und Anerkennung zum Beispiel. Aber nicht, also einfach, weil ich das gerne hören möchte. Also wir, ich würde, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen hart so, aber wir missbrauchen oft andere Leute, dass sie in einer bestimmten Art und Weise sich verhalten, damit es uns besser geht. nicht, weil es unbedingt dienlich für andere ist. Und in dem Augenblick kann, also für mich, um auf die Frage zurückzukommen, wie kannst du dir mehr erlauben, gehört halt einfach dazu, durch alle Lebensbereiche zu gehen, auch Scham und Schuld abzulegen. Also gerade bei Frauen, beim Thema Sexualität, wie kleide ich mich so, so viele Bewertungen. Und je mehr ich anfange, für mich in allen Bereichen, gerade Sexualität auch, Scham und Schuld abzulegen, habe ich für mich zumindest automatisch weniger Scham und Schuld nach mehr zu fragen, wenn ich das wirklich möchte. Und die Quintessenz ist, alle sagen, dass sie gerne mehr Geld haben wollen, aber tief in ihrer Essenz ist eine Ablehnung. Oder ist eine Nein. Also wir probieren dann, die Träume und Wünsche in Anführungsstrichen von anderen zu manifestieren, ohne ein Check-in zu machen, will ich das wirklich haben? Und bei vielen ist die ehrliche Antwort einfach, ohne dass das jemand beantworten muss, will ich gerade 10 Millionen haben. Und der logische Verstand würde sagen, ja, na klar, nimm das Geld. Aber tief in der Essenz, wenn jemand ein Check-in macht, ist ganz oft ein Nein. Und darum geht es. Das, was ich in mir spüre und fühle und was da so ein verstecktes im Unterbewusstsein, das manifestiert, nicht was der Kopf sagt. Das ist, dürfen wir wieder verändern. Deshalb haben so viele Leute auch nicht das auf dem Konto, was sie haben wollen, weil da so viel Schuld und Scham erstmal ist, was sozusagen aus dem System, aus dem Körper raus darf, bevor ich mehr Geld einladen kann. Weil wir können uns das so ein bisschen vorstellen, stell dir vor, Geld ist einfach eine Freundin und du gehst zu einer Freundin. Und jedes Mal, wenn du da bist, dann sagt sie, oh, wie siehst du aus, oh, bist denn schon wieder hier, eigentlich will ich dich hier nicht haben, kannst du nicht gehen, du nervst, du stinkst, du bist dreckig, wie oft und wie lange gehst du wirklich von Herzen gern zu dieser Freundin sie besuchen. Ungefähr einmal, weil du noch denkst, vielleicht hat sie einen interessanten Tag gehabt und es war vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, aber beim zweiten, spätestens beim dritten Mal, sagst du Adios. Und genau das macht Geld auch. Ja, sehr spannend, dass du das sagst. Ich musste mich gerade mal zurück entsinnen, wie ich vor ein paar Jahren das erste Mal einen sechsstelligen Betrag auf meinem Konto hatte und mir dachte, ah ja, krass, was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß es noch genau. Das war schon ein sehr interessanter Moment, weil sofort sowas kam, war, ich muss jetzt Kryptowährung kaufen und ich muss das jetzt investieren und kaufe jetzt nächste Immobilie. Also es ging sofort so ein Aktionismus los und so vielleicht auch so eine, ja, was mache ich denn jetzt damit? Es ist ganz spannend, dass du das sagst, dass da unbewusst so ein Thema kommt von, wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit deutlich mehr Geld um? Und es ist auch, warum viele Menschen nicht wesentlich mehr Geld in ihrem Leben verdienen? Wir sehen uns irgendwie ganz, ganz viel Lektüre, Wissen, Kurse, etc. zum Thema Investieren, egal in was, ja. Aber wie du gesagt hast, war das Geld, ich muss es investieren. Also war es das Geld, das muss weg. Es ist automatisch verbunden bei, ich würde sagen, wahrscheinlich 99% der Menschen da draußen. und der Prozess ist, erst verdiene ich mehr Geld, also erst wirklich Cash in the Tash, wie ich so schön sage. Der zweite Schritt, der wichtigste Schritt, ist, ich habe Geld. Es ist okay, dass da einfach immer 100.000 Euro oder 200.000 oder was auch immer dein Betrag auf dem Konto ist und ich kann es angucken und es ist da und ich kann mich darüber freuen und ich gebe es nicht aus. Es ist Lernen, Geld zu haben, zu halten. und im dritten Schritt kommt es Investieren. Weil was ansonsten passiert ist, wenn ich es nicht gewohnt bin, Geld zu haben, Geld zu halten, egal welcher Betrag, kann ich noch so viel investieren, aber alles, was kommt, sorgt dafür, dass mein Konto mehr oder weniger immer wieder auf Null zurückgeht. Weil das ist der Betrag, den ich kenne, den ich haben, den ich halten kann. Und darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen und für mich sind die ersten beiden Schritte, ist das Fundament von einem Haus und das dritte, das Investieren ist das Dach. Aber ich brauche kein Dach von etwas, wenn ich kein Haus drunter habe. Absolut. Jeder einzelne Bestandteil ist wichtig von einem Haus, ja, verstehe mich nicht verkehrt, aber in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, absolut. Heute bin ich fein damit, einen sechsstelligen Betrag da zu sehen und denken mir, wie geil. Das ist schon mal ein Riesen-Transformationsprozess. Irgendwie du das gesagt hast, das war, wo es das erste Mal da war, war ich so, krass, was mache ich jetzt eigentlich? Das ist sehr interessant, ja. Janine, du liebst Journaling, soweit ich weiß, auch sehr. Das ist eine Sache, die wir beide sehr gerne haben. Mein Reisebegleiter ist immer mein Journal, schon, ja, eigentlich seit ich schreiben kann, schreibe ich, damals habe ich es Tagebuch genannt, heute Journal. Was ist so deine Lieblings-Journaling-Frage? Habe ich ehrlich gesagt so nicht. Ich gehe wirklich mit dem Flow, wie es sich anfühlt. Also unterschiedliche Sachen. Manchmal sind das wirklich so Ziele, was ich will, was heute passiert, was dieses Jahr passiert, was in drei Monaten passiert, was im Business, in meiner Beziehung, im Leben. Für mich ist es wichtiger, mich einmal so hinzusetzen am Morgen und wie so eine energetische Ausrichtung zu machen, also zu sagen, hey, das ist der Vibe, das ist die Energie, das will ich vom Tag und das kann das Universum mir jetzt bringen. Sehr schön. Welche Journaling-Frage eröffnet dir eine neue Sichtweise auf eine, ich sage mal, verfahrene Situation oder auch, wenn du mal mit einer Schattenseite konfrontiert wirst, hast du da eine Frage, die hilfreich ist, eine neue Sichtweise zu gewinnen? Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, gute Frage. Also, ich sage mal, wenn, wenn du zum Beispiel, du hast ein, du hast was geplant und es ist nicht so gelaufen, wie du es vorhattest, weiß ich nicht, du wolltest irgendwo hinfahren, in eine Unterkunft gehen, die Unterkunft wird gecancelt, dann planst du die nächste Unterkunft, das klappt irgendwie auch nicht und denkst dir, ach, das läuft irgendwie nicht und dann, keine Ahnung, passiert auch irgendwas im Business und dann denkst du so, ach, was ist denn hier jetzt los? Also, ich setze mich dann immer hin und fange dann an zu journalen, was ist denn hier jetzt eigentlich gerade los? Hast du da auch so eine spezielle Herangehensweise, da wieder rauszufinden? Also, die Sache ist, am Anfang habe ich unfassbar viel gejournalt, mittlerweile journal ich auch noch jeden Morgen, aber wirklich sehr kurz, weil ich so viel mental drehen kann, also, wenn sowas zum Beispiel zu mir passiert, ich sage mir immer, alles ist für mich, everything is always working out for me, in dem Augenblick und wirklich so meine größte Lernaufgabe in diesem Jahr, nichts mit Druck durchzusetzen, sondern mich dem Leben, den Impulsen hinzugeben. Also, in dem Augenblick zum Beispiel zu einem Pool, eine noch bessere Unterkunft wartet auf mich, weiß nicht, wenn ich wahrscheinlich nach drei Unterkünften nichts finde, einfach auch zu fragen, okay, worum geht es gerade in der Situation, was darf ich lernen, was ist gerade wichtig und wo ist ein Schlafplatz für mich? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der, on the road wäre, ja. Also, mehr im Leben allgemein einfach zu fragen und davon auszugehen, dass ich gar nicht alles wissen muss, sondern, dass alles im Augenblick zu mir kommt und was ich cool finde, einfach, wenn man manchmal so merkt, hey, ich bin vielleicht gerade nicht in einer coolen Energie, die kreiert, sondern irgendwie so ein bisschen von Angst, Scham und Schuld getrieben, wäre es nicht schön, wenn, ich weiß nicht, wäre es nicht schön, wenn heute drei Kunden buchen, wäre es nicht schön, wenn ich heute das coolste Fünf-Sterne-Hotel gratis kriege, wäre es nicht schön, wenn ich ein First-Class-Upgrade kriege, I don't know, was immer so ist, aber das ist zum Beispiel eine Sache damit, wie gesagt, ich mache das mental, diese Selbstgespräche mit mir, aber da kann ich mich energetisch total gut hochsaugeln. Großartige Antwort. Ich habe etwas ganz Lustiges mir überlegt. Ich habe so fünf Aussagen aus dem Coaching- und Dienstleistungsbereich mitgebracht, die ich auch oft von meinen Kundinnen höre und sonst kriegen die ja immer nur eine Antwort von mir, also habe ich mir gedacht, machen wir eine Runde. Was sagt Janine dazu? Hast du da Lust drauf? Gerne. Okay, erste Aussage. Ich traue mich nicht, einen höheren Preis für mein Coaching zu nehmen, das kauft dann doch keiner mehr. Was sagst du dazu? Viele Kunden kaufen auch nicht bei uns, weil wir zu billig sind. Also wenn ich jemand bin, der immer im Delikatessenladen einkaufen geht, gehe ich nicht zum Aldi. Warum? Weil es mir zu billig ist. Weil die Qualität, und nicht mal unbedingt von der Qualität, es ist mir einfach zu billig und das ist Ambiente. Und das ist zum Beispiel ohne Bewertung auch im Nagelsalon. Es gibt einfach welche, die sehr, sehr einfach aussehen und nicht so schick sind. Und die gleiche Dienstleistung kriege ich im Nagelsalon. Ich weiß nicht, was mir noch Kaffee anbietet, was mir noch einen Tee anbietet, noch eine Rückenmassage. Vielleicht irgendwie ein bisschen was anders hat. Oder auch nicht das Gleiche, aber das Ambiente ist einfach ein anderes. Oder es ist in einem anderen Stadtteil. Und das Gleiche gilt für unsere Preise auch. Und ich finde es gerade kritisch im Coaching-Bereich, weil ich ja dafür da bin, egal wo, ich helfe, Leuten zu wachsen. Ja, eine Transformationsleistung. Irgendwie fangen sie bei etwas an und danach enden sie bei einem anderen Punkt. So, wie will ich denn Leuten zu helfen, also helfen zu wachsen, wenn ich selber nicht wachse? Auch, wie will ich, dass Leute sich was Neues trauen, wenn ich mir selbst nicht traue, die Preise zu nehmen? Kann nicht funktionieren in meinen Augen. Ist nicht schlimm, nur einfach an der Stelle ehrlich zu sein, dann ist es vielleicht nicht der richtige Job für mich, nicht die richtige Berufung. Nächste Aussage. Ich kann mir dieses Coaching-Programm nicht leisten. Was sagst du dazu? Ich habe vorher das schon so ein bisschen beantwortet. Ich finde es immer cool zu sagen, ja, der Preis ist echt unbequem für mich. Wunderbar. Wenn der Preis unbequem für dich ist, da passiert Wachstum. Passiert nicht, wenn du irgendwas Kostenloses konsumierst. Passiert auch nicht, wenn du was für 39, für 59, für 100, 200, 500 und bei den meisten Leuten auch nicht für 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Und für mich einfach eine mentale Einstellung für welche Art von Transformation stehst du. Das aktuelle Live-Coaching-Programm, was ich mache, in der Gruppe, startet bei 15.000 Euro. Naja, für drei Monate. Bedeutet, jede Person, die dabei ist, die ist von Anfang bis Ende dabei. Weiß ich jetzt schon. War immer so. Aber wenn es 500 Euro kostet, ist die Person nicht von Anfang bis Ende dabei. Zieht es anders durch. Und für mich einfach, das ist meine Wahrheit, mein Glaubenssatz, wenn der Preis schmerzt und wesentlich außerhalb der Komfortzone ist, bin ich anwesend und präsent. haben wir das damals auch gesehen, als ich in Deutschland war, wenn ich Events gemacht habe, die nie unter 1.000 Euro waren für einen Tag. Wir haben 100% Anwesenheit gehabt. Manchmal vielleicht ein, zwei Leute, die nicht da waren. Und der Veranstalter hat immer gesagt, wie machen Sie das? Man hat dann so gefragt, und wie viele Tickets haben Sie verkauft und wie viele Stühle brauchen Sie? Dann haben wir gesagt, nein, die Stühle, die wir verkauft haben, nee, nee, also 20% ist mindestens immer so No-Show-Rate. Und ich so, nee, nee, unsere Leute kommen. Und dann mussten immer noch Stühle hinzugestellt werden. Das war ganz interessant. Und er so, wie machen Sie das? No-Show-Rate gibt es bei uns nicht, ja. Ich feiere das auch. Ich habe ein Gruppencoaching-Programm und die sind immer alle da. Vielleicht fehlt mal eine Person. Ja, wir haben frischgebackene Mamas dabei. Aber also ich feiere das total, weil mir macht es einfach auch viel mehr Spaß, weil die Frauen einfach auch dabei sind. Und man spürt, da kommt Feedback und die setzen um. Und das motiviert mich auch als Coach einfach viel mehr. Deswegen kann ich es zu 100% bestätigen. Es macht mehr Freude für beide Seiten auch. Ja. Ja, ein interessanten Satz, den ich letztens gehört habe. Ich habe Angst, dass ich den Investor in das Coaching nicht wieder rausbekomme. Also für mich Glaubenssatz. Und die Frage ist ja, in welchem Zeitraum? Am Anfang, als ich angefangen habe, egal welche Summen in mich zu investieren, habe ich immer gesagt, wow, das Investment vom Coaching will ich in der Coaching-Laufzeit. doppelt wieder draus haben. Und es hat immer geklappt. Und ich glaube, da sind wir wieder am gleichen Punkt wie mit dem Haus und dem Aufräumen. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich habe Rundumschlag gemacht. Also für mich ist es besser, weißt du, einmal einen Container hin, Haus leer, alles rein und dann fange ich von vorne an. Also Stück für Stück. Der Typ bin ich nicht. Es fällt mir, ja, ist einfach nicht so meins. ohne zu sagen, dass eins besser oder schlechter ist und genauso hier auch manch einer, zum Beispiel auch, wenn es jetzt, weiß ich, um Ratenzahlung etc. geht, kann damit umgehen, mental Risiko einzugehen und manch einer nicht. Und das ist okay. Nichts ist besser oder schlechter. Nur wenn wir uns einfach mal die komplette Lektüre angucken im spirituellen Bereich, im Investmentbereich, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, dann siehst du immer über die Jahrhunderte, die Leute wollen mega den krassen Erfolg haben. Da sagen alle, ja, will ich haben. Egal, welche Vorbildfunktion. Und dann fragst du die Leute, wie sie es gemacht haben und es kommt immer wieder der Punkt, wo sie sagen, ich war all in. Ich war all in, ich habe einfach investiert und bin Risiko eingegangen. Und wir dürfen uns einfach damit anfreunden, wenn ich all in bin, ist meine Einstellung, Mut wird immer belohnt vom Leben und es kommt immer wieder zurück. Zehnfach. Und gleichzeitig zu sagen, cool, wenn ich mental das nicht aushalten kann, dann bin ich noch nicht so weit. Nächste Aussage. Ich habe schon so schlechte Erfahrungen gemacht mit Coaching. Sagte, schrieb mir letztens eine Frau. Nun habe ich Angst, nochmal eine schlechte Erfahrung zu machen. Ich denke mir dann immer so, hä, was denkst du denn, was ich dir anbiete? Das ist ja mal irgendwie so, weiß ich nicht, als würde man ein komisches Angebot machen. Ich weiß nicht, wie reagierst du auf sowas, wenn da jemand wirklich einfach schon mal blöde Erfahrungen gemacht hat? habe ich ehrlich gesagt noch nicht die Antwort erhalten. An der Stelle wäre ich, einfach mit der Erfahrung, die ich heute habe, eh vorsichtig und würde sagen, okay, dann passt das nicht. weil wenn jemand für mich, wir haben uns also die ganze Zeit im Gespräch für mich viel darüber unterhalten, Eigenverantwortung zu übernehmen. Es ist immer der Coach oder wenn ich ehrlich bin, mache ich mal ein Check-in und bin ich nicht den nächsten Schritt gegangen. Weil wenn ich als Coach nicht den nächsten Schritt gehe, im Sinne, es hat nichts mit investieren zu tun, sondern Mut, anders handele, andere Dinge mache, andere Sachen denke und auch die Erwartungshaltung habe, dass Dinge für mich funktionieren, bin ich raus. Und für mich ist einfach so viel, viele, viele Leute, durfte ich lernen, passiert was Magisches und würde es mir zustimmen. Entweder entscheide ich mich dafür, Geld zu verdienen, dann ist mein Fokus darauf, wie mein Kontostand mehr wird, mein Business mehr wird oder also auch Wachstum auf diese Seite oder ich entscheide mich für mein altes Leben, was vertraut ist. Und bei den meisten Leuten, deshalb haben sie eine finanzielle Realität, die sie haben, hat es dann auch einfach damit zu tun, dass sie sich lieber für Drama, für Geschichten und so weiter entscheiden. Und das ist okay. Und da bin ich nicht der Coach. Und da nutze ich meine Zeit nicht. deshalb bin ich, für mich gehen an dieser Stelle aller Namen Glocken an. 100% Eigenverantwortung. Ja. Mega. Da waren schon super viele Inspirationen drin. Und ja, vielen Dank, dass du da Antworten auf die Aussagen gegeben hast. Ich persönlich liebe es, mit Freelancern zu arbeiten. Ich liebe die Freiheit und habe super gute Erfahrungen bisher gemacht. Meine Assistentin ist jetzt schon seit fünf Jahren bei mir und wir schicken uns immer gegenseitig Blumen und ich bin unfassbar dankbar für mein tolles Team. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das sind ja gar nicht deine Mitarbeiter, weil die sind nicht festangestellt. Wie siehst du das? Braucht man für ein Multimillionen-Business, braucht man da festangestellte Mitarbeiter oder geht das auch mit ganz tollen Freelancern? Ich glaube, hier gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder Typ ist anders. Jeder Mensch braucht was anderes. Jeder Mensch will was anderes. ich kenne super viele Coaches in Deutschland, die haben ein festes Büro und ein riesiges Team und die sagen, das ist der Weg. Es gibt andere, die haben wieder, also weißt du, die haben vielleicht eine Assistentin und ich glaube, da darf jeder einfach reinspülen, was für ihn passend ist. So ist es ja scheißegal, was die Bewertung von außen ist und was andere darüber sehen, sondern das, was sich für einen stimmig anfühlt, fühlt sich für einen stimmig an und gut. Voll. Für mich fühlt sich das großartig an. Ich bin ein großer Fan von Freiheit schon immer gewesen und ich liebe diese Flexibilität. Wie kreierst du denn neue Coaching-Programme und so den Namen? Bist du eher so der Typ, der das so intuitiv fließen lässt und so ein Gefühl hat von, oh, ich habe voll Lust, das zu machen oder gehst du da eher strategisch ran? Ich habe gestern was zu einem Freund gesagt beim Essen. Für mich ist meine Intuition aufgeschrieben, Strategie. Deshalb, was andere jetzt, glaube ich, als Strategie bezeichnen, würde ich nicht mal machen. Ich mache mittlerweile nicht mal mehr so Launchpläne, irgendwas. Distanziere mich auch immer mehr davon, wie es so im klassischen Marketing gemacht wird. ganz viel über FOMO, Angst, etwas zu verpassen. Für mich, Angst kreiert Angst. Und will ich Leute im Coaching-Programm haben, einfach weil sie Angst haben, irgendwie was zu verpassen? Oder will ich, dass Leute dabei sind, weil sie Bock auf Wachstum haben, weil sie Lust auf mehr Geld haben? Und zwar aus der Freude heraus. Deshalb mache ich da immer weniger und distanziere mich persönlich davon auch immer mehr. Das ist mein Glaubenssatz. Immer weniger glaube, dass so Marketing sein muss. Jetzt die Frage der Fragen. Und ich frage mich das wirklich so sehr. Wie ist es möglich, hochpreisige Programme zu verkaufen ohne Erstgespräche? Also mit Erstgesprächen ist es für mich klar wie Tosbrühe und easy, aber wie geht es ohne Erstgespräch? Ich meine, dein 1 zu 1 Coaching liegt ja schon, sag ich mal, deutlich höher als der Durchschnitt. Wie kriegt man das hin, sowas ohne Erstgespräche zu verkaufen? Wie bei jeder Manifestation, der Glaube ist zuerst und es ist, was du glaubst. Und ich glaube halt, es braucht keine Gespräche. Ich glaube, mein idealer Kunde gerade zum 1 zu 1 ist schon in einem gewissen Prozess, vertraut aufs Bauchgefühl und folgt ihm da. Also vielleicht jetzt beim 1 zu 1 mit den Kunden. Aktuell biete ich auch keine Einzelcoachings mehr an, aber in der Vergangenheit waren es auch Leute, die vorher schon Programme gemacht haben, fairerweise zu sagen, also wo man sich eh kannte, aber zum Beispiel auch alles, was ich für 100, 150.000 verkauft habe, also vielleicht zählt es aus und dazu, für dich ist einfach mein Glaubenssatz, wenn jemand weiß, dass es das ist, dann bucht er. Und klar, kann vielleicht sein, dass ich mehr verkaufen würde, wenn ich Telefongespräche und so weiter mache, weil erstens, ich habe keine Freude daran, ich habe auch kein Interesse, wie sagt man, Verkaufsgesprächsteam zu haben, der Closer zu haben, wie man sagt. Gleichzeitig glaube ich, da ist nichts Schlimmes dran, sondern wirklich, dass es einfach persönliche Präferenz ist, ja, also manch einer liebt es und manch einer nicht so sehr und danach geht es, also es ist viel mehr. Ich würde jetzt nie zum Beispiel sagen, wenn jemand telefoniert, dass es irgendwie schlecht ist oder du sollst es nicht machen. Im Gegenteil, ist einfach nur mein Bauchgefühl, was sagt, hey, es ist nicht notwendig. Und hat einfach wirklich ganz viel mit meinem persönlichen Weg auch zu tun, dass ich mich immer mehr so von diesen klassischen Marketing-Weisheiten distanziere, jemanden in irgendeiner Art und Weise zu überreden, sondern immer mehr glaube, auch ganz krass, was ich unterrichte, Eigenverantwortung. Hey, wenn ich spüre, dass das für mich ist, wenn ich spüre, ich will den nächsten Schritt gehen, okay, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf, wirklich auf Intuition zu hören, auf Impulse zu hören, weil hier liegt einfach auch das Geld, hier liegen die Multimillionen. Die sind nicht irgendwie, ich rufe nochmal an oder dies oder jenes, sondern es ist schnell, es ist impulsiv, intuitiv und ich darf halt lernen, Stück für Stück dahin zu hören und den Mut zu haben, zu handeln. Und also, du arbeitest ja auch als Coach, gerade 1 zu 1 Coachings ist einfach was, wo ich unfassbar viel Energie und Zeit von mir preisgebe. und nicht nur der Preis unbequem ist, sondern auch, wie du da hinkommst und das ist sozusagen einfach schon meine ideale Kundin für die Art von Coaching vorqualifiziert. Ja, also manche haben wie so ein am Telefon Bewerbungsgespräch. Ja, und mein Bewerbungsgespräch ist einfach so, okay, es ist schon unbequem, dahin zu kommen und außergewöhnlich, dass die Person schon was macht außerhalb der Komfortzone. Ja, aber ich möchte wirklich an der Stelle nochmal betonen, dass jeder da rein spüren darf, wo er gerade ist, was der passende Weg für ihn, für sie ist. Ja, also es gibt unfassbar viele Coaches, das sind mega erfolgreich mit Telefonen. Es gibt ganz, ganz viele Coaches, die sind, die telefonieren nicht und es gibt auch ganz viele Coaches, die machen so eine Kombination aus beiden. Und alles ist okay und alles kann funktionieren, solange der Glaube da dran ist. Schön. Sehr, sehr inspirierend. Also einfach auch das mit dem, ja, was glaubst du. Spannend. Und das ist vielleicht auch für mich, bis heute, weißt du, wir haben so viel in unserem Unterbewusstsein gespeichert, was für uns klar, wie Klosgrühe ist. Und deshalb liebe ich es immer wieder regelmäßig wirklich, ob bis heute, in 101-Coachings zu sein oder wirklich in Masterminds zu sein, wo vielleicht fünf Leute oder so sind, also eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Coach. Warum? Weil einfach durch die Fragen, die ich an jemanden stelle, jemand von außen auch reinguckt und sagt, ah, interessanten Glaubenssatz. So siehst du das. Und für mich denke ich so, hä, ist doch klar. Aber es ist, weil ich es so oft gedacht habe, ich sehe es dann gar nicht mehr. Und das ist für mich wirklich eine Arbeit, eigene Limitierungen, Glaubenssätze aufzulösen, egal in welchem Bereich, allein zu machen, geht zu einem gewissen Grad. Und ab einem gewissen Level ist es wie, wenn du Champions League bist. Klar kannst du in gewisser Weise im Fußball selbst ein Training gestalten und eine Trainingseinheit, weil du es oft genug gemacht hast. Und wirkliches Wachstum passiert immer auf der Ebene, siehst du dann sogar bei den Spielern, die haben ein Training, also ein Trainer für die Gruppe und in der Doku auf Netflix von Dirk Nowitzki, er hat immer seinen deutschen Trainer noch dabei gehabt, er hat mit seinem Privattrainer nach den Gruppentrainingseinheiten trainiert. Einfach, weil er auf die Feinheiten noch mal eingegangen ist, nur von Dirk. Und da dürfen wir einfach auch mal hingucken und sehe ich mich selbst und mein Wachstum und mein Leben einfach so wie nur nach 15 an oder wie ein Profisportler. Also will ich in diese Liga von Leben. Und dann darf ich so auch handeln. Mega. Janine, du bist letztes Jahr, glaube ich, aus Deutschland ausgewandert. Welchen Einfluss hatte das auf dein Business und wie arbeitest du produktiv, während du auf Weltreise bist? wie immer, würde ich sagen. Also ich bin eh ein Mensch, habe ich vorher schon gemerkt, der unfassbar produktiv am Morgen ist und nicht am Nachmittag. Habe alles, was ich am Vormittag regeln kann, vormittags. und was es nochmal neu so zum Vorschein gebracht hat, ist wirklich so Selbstdisziplin. Also für mich gerade zum Thema Sport, weil ich sonst immer ins Fitnessstudio gegangen bin oder meinen Personal Trainer hatte und jetzt auf Weltreise einfach sagen muss, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich mache das alles alleine und das ist anders. Für mich ist es wirklich herausfordernder, als wenn ich jemanden habe und so folgen kann, um in bestimmte Routinen reinzukommen. Ich kugel immer da, wo ich gerade bin, wo ist das nächste Yoga-Studio, weil ich ja voller Yoga- und Breastwork-Liebhaber bin und ich habe schon so viele Yoga-Studios auf der Welt gesehen, oh mein Gott. Also ich bin echt Experte dafür, überall ein Yoga-Studio zu finden. Lass uns mal über das Thema Social Media sprechen. Ich habe mitbekommen, wie du in den letzten Monaten und Jahren da auch an der einen oder anderen Stelle mit gehadert hast. Mir ging es tatsächlich auch so. Du warst auch kurz davor, Instagram, Facebook zu löschen, glaube ich. Wieso hast du dann gesagt, ich mache es jetzt doch nicht? für mich war es wirklich nochmal ein Gespräch mit meinem eigenen Coach zu dem Thema, was nochmal viel verändert hat in meiner Sichtweise und lasse es mich so formulieren. sagen, ich finde für mich das Wichtigste, was jeder Mensch hat, ist seine Zeit und seine Energie und ich verstehe, wie so Trends und Reels und TikTok und wie es entsteht und warum es funktioniert auf psychologischer Basis und habe einfach wirklich viel damit gehadert, so hey, wenn das der Preis ist, um sozusagen erfolgreich zu sein auf Social Media, bin ich den bereit zu zahlen und habe einfach wirklich jetzt lange mit mir gehadert, okay, wie nutze ich das einfach um, das ist ja meine Bewertung und Sichtweise, sinnvolle Beiträge zu teilen und ja. Ja. Also ich bin auch durch ein Riesending da durch und dann ist mein Account gehackt worden und ich habe ihn quasi fast verloren und dann bin ich wirklich in den Fight gezogen und habe es mit meiner wundervollen Assistentin geschafft, dass wir meinen Account zurückbekommen haben und da habe ich gesagt, okay, universum, ich habe es verstanden, ich werde jetzt meine Reichweite und mein Social Media Account jetzt auch mehr schätzen und seitdem schätze ich ihn einfach auch mehr und tatsächlich ist es einfacher geworden, ja, auch interessantes Learning für mich. Wie bekommst du es hin, Janine, Dinge nicht so persönlich zu nehmen? Wachstum, Zwiebelschicht, also wenn du es jetzt gerade auf so Hate und Kommentare zieht, also hat mich am Anfang unfassbar verletzt, habe ich, also ist es glaube ich für mich, also ich glaube, ich nehme es immer persönlich, aber die Distanz ist größer geworden, also ich kann mich besser davon distanzieren, ich spüre immer mehr in Beiträgen, dass es ja eh nicht um mich geht, sondern um Frust, Wut, die die Person gegen ihr eigenes Leben hat und ich nenne das ganz oft umgekehrte Liebe, das nur noch nicht ausdrucken kann, weil Wut in der Emotion ist immer Liebe, die ich nicht annehmen kann, also gerade Leute, die wütend sind, haben viel Liebe bekommen, die sie nicht annehmen können, dann explodiert es und zum anderen auch, also alles, was auf meinen Kommentaren, in meinen Accounts passiert, ich lösche einfach regellos auch, weil es ist mein Zuhause und niemand würde die, gerade wenn die Haustür zu ist, das akzeptieren, dass jemand reinkommt und einen Scheißhaufen im Klo hinterlässt und nicht spült. So, ja, also in dem Vibe für mich sind meine Social Media Kanäle, auch wenn die offen sind, das ist mein Zuhause, das sind meine Regeln und wenn sich jemand nicht dran hält, tschüss. Absolut, mache ich auch, ich bin gerade sehr, sehr schnell geworden im Blockieren und ja, nicht mehr. Ich habe jetzt auch schon erlebt, dass Leute sehr interessant sein können, versuchen, dich auf Social Media anzuschreiben und dann blockiere ich die Person da und dann fängt sie an, mir E-Mails zu schreiben und ich mir dachte so, interessant, was da so alles möglich ist, also weiß ich nicht, manchmal, ja, also es ist eine interessante Beziehung zu Social Media tatsächlich und ja, also finde ich einfach sehr schön zu hören, dass du da ja einen guten Umgang mit gefunden hast und ja, bewunderst, dass du das schaffst, viele Dinge einfach nicht mehr so persönlich zu nehmen und eine Distanz herzustellen. Ich glaube, du hast auch die Nachrichten beantworten an dein Team abgegeben, dass du nicht mal in die DMs reingehst, oder? Ganz selten, also viel selektiert das zum einen und ich glaube wirklich ich glaube nicht, also ich will nicht sagen, dass es okay ist, aber in einer gewissen Art und Weise passiert es, je mehr Reichweite du erlangst, je länger du da bist, je mehr Leute haben auf einmal eine Meinung zu dir und du kannst es eh nie allen recht machen, außer dir. Zum Beispiel hatte ich jetzt ja auch, habe ich so am Rande mitbekommen, Pamela Reif, so einen riesen Shitstorm irgendwie, weil sie was zum Filter gesagt hat und das Wort Transe so genommen hat und war uncool und gleichzeitig die Art der Kommentare, was da hochkam, also was ich einfach nur so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, habe ich gedacht, wow, sagt so viel mehr über die Leute aus, die kommentiert haben, als über das, was sie gemacht hat und das ist einfach immer wieder interessant zu sehen, ist eine Sache, die ich von Christian Bischof gelernt habe, ganz, ganz am Anfang, er nennt es so ein bisschen Schweine, ja, Menschen sind die Schweine, nicht alle, aber wenn so Hate-Rolle kommen und Schweine lieben eine Sache, in der Scheiße zu spielen und du kannst dich halt darauf einlassen, ob du mit den Schweinen spielst, sei dir das bewusst, es ist halt immer in der Scheiße oder ob du einfach nur dir die Schweine anguckst, wie sie in der Scheiße spielen, aber einfach bewusst jede Art der Interaktion damit, du begibst dich immer in die Scheiße. Und das ist für mich auch so eine Sache, okay, hey, manchmal antworte ich einfach mit einem Herz-Modi, danke für deine ausführliche Meinung, ändert nichts an meinem Lebensstil, Herz. Also es ist wirklich so ein bisschen, wie ich lustig bin, drauf, also ja. Wie so gerade die Stimmung ist, ja. Ich glaube, bei uns Frauen ist es auch ein bisschen, es kommt so ein bisschen auf den Zyklus drauf an, ja, wenn ich da meine Herbst-Winter-Phase habe, ich brauche so was gar nicht, ja, ich gehe dann einfach direkt blockieren, so, wenn ich da so mein Frühling-Sommer bin, dann kann ich da auch mal mit deutlich mehr Humor an sowas rangehen. Kannst du das bei dir auch wahrnehmen, dass es so mal unterschiedlich ist innerhalb von einem Monat? Das ist auf jeden Fall und ich glaube wirklich auch, Frauen nehmen das ein bisschen persönlicher, weil wir so groß geworden sind mit dem ich will allen gefallen. Das soll es lieb, brav und nett sein, dann gefällst du allen und wenn du allen gefällst, dann bist du toll. Und das triggert halt einfach bei uns im System auch ganz, ganz viel. Während Jungs so ein bisschen immer das milde, freie, radikale beigebracht wird. Letzte Frage, liebe Janine, du bist letztes Jahr aus Deutschland ausgewandert, welchen Einfluss hatte das auf dein Business? Kann ich so eigentlich nicht sagen, ob es jetzt so einen Einfluss auf mein Business hatte, eher für mich einfach wirklich nochmal zu erkennen, wie frei der Mensch sein kann, wie viele Limitierungen, Regeln, Grenzen es in Deutschland gibt, die es am Rest der Welt nicht gibt und dass es wirklich ein bisschen Zeit gebraucht hat, das erstmal alles anzunehmen. Die Freiheit, ja. Wir wollen so oft dann was haben und wenn es dann da ist, ist es immer erstmal ungewohnt und für mich zumindest braucht es immer ein bisschen Zeit, das dann alles erstmal anzunehmen. Kann ich sehr gut verstehen. Ich merke immer, wie ich mir dann, da wo ich gerade bin, ob es jetzt Mexiko ist oder Bali oder Thailand, ich versuche mir dann immer neue Routinen zu schaffen, da wo ich bin. Ah ja, guck mal, da laufe ich dann am Meer entlang und da gehe ich dann zum Yoga und sobald ich dann wieder mein Selfcare Programm aufgestellt habe, ist es schon wieder deutlich mehr entspannt. Liebe Janine, wo können wir dich finden? auf Instagram, im Newsletter und auf Facebook. Prima, auf jeden Fall auch. Alle Links in die Shownotes, ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine wundervolle Inspiration, da waren so viele Gold Nuggets drin, ich kann jedem empfehlen, nochmal auf Repeat zu gehen und sich das am besten nochmal anzuhören. Ich werde mir das Interview auf jeden Fall nochmal anhören und ich danke dir so sehr für dein Vorangehen für alle Frauen und danke dir so sehr für dein Sein und für deine Inspiration. Janine, danke, dass du heute dabei warst. Danke Julia für das tolle Interview, sehr viel Spaß gemacht. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich riesig über dein Däumchen hoch beim YouTube Video und ich freue mich über dein Abo DeMor von DeMor für weitere tolle Interviews und Inspirationen und ich freue mich riesig über deine 5-Sternchen-Bewertung auf iTunes oder Spotify und diese Rückmeldung ist für Content Creator wie ich einer bin. Eine riesen Motivation, diese Arbeit zu machen und euch zu motivieren und mitzunehmen und euch in den Kontakt zu bringen mit so wundervollen Personen mit Janine. Also hinterlasse eine positive Bewertung, ich freue mich und danke dir, dass du dir Zeit dafür genommen hast und wünsche dir heute einen wundervollen und inspirierenden Tag. Alles Liebe, deine Julia Kolella.